So, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Videomodul Externes Rechnungswesen. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im Zuge der Sammelbewertung machen wir weiter mit dem Verbrauchsfolgeverfahren. Uns fehlt noch das sogenannte LIFO-Verfahren. Das FIFO-Verfahren haben wir uns bereits im letzten Video angesehen. Die entsprechenden Inhalte findet ihr einmal auf unserem YouTube-Channel in der Planlist Externes Rechnungswesen, sowie auf unserer Webseite in Form eines Fragenkataloges. Hier nochmal der Hinweis, schaut euch auch gerne mal in dem Modul der Kosten-Leistungsrechnung um, denn dort habe ich die Verbrauchsfolgeverfahren ebenso behandelt. Unter anderem auch das LIFO-Verfahren, was wir hier im externen Rechnungswesen nicht behandeln werden. Ansonsten wie immer alles weitere unterhalb des Videos in der Videobeschreibung zu finden und für Fragen, Anregungen, Kritik etc. immer gerne die Kommentare nutzen. Ich habe exakt dieselben Werte wie aus den vergangenen Videos genommen, da hat sich nichts geändert. Ich habe jetzt nur die Gesamtwerte bereits schon vorweggenommen. Gesamtwerte heißt, die Mengenangabe multipliziert mit den Anschaffungskosten in Euro je Mengeneinheit und dann komme ich entsprechend auf den jeweiligen Gesamtwert. Wir werfen erneut einen Blick auf eine einzelne Periode vom 01.01. bis 31.12. Das heißt, Anfangsbestand ist am 01.01. anzugeben. Das ist der Endbestand der vergangenen Periode. Dann haben wir entsprechende Zugänge und Abgänge im Laufe der Periode und die Periode wird dann mit dem Endbestand beendet. Und den müssen wir kurzerhand zunächst einmal ausrechnen. Das greife ich schon mal vorweg. Ich werde das jetzt hier nicht nochmal im Taschenrechner eingeben oder hier irgendwas nochmal hinschreiben. Ihr müsst einfach nur den Anfangsbestand nehmen. Plus Zugang, Plus Zugang, Minus Abgang, Minus Abgang, Plus Zugang, Minus Abgang, Plus Zugang. Das habe ich euch hier schon vereinfacht hingeschrieben. Dementsprechend müsstet ihr am Ende auf die 14.000 Mengeneinheiten kommen. Also lasst uns die hier mal eintragen. Ja und entscheidend ist, wie wir diese 14.000 Mengeneinheiten bewerten. Mit welchem Betrag, mit welchem Eurobetrag. Und hier gibt uns das LIFO-Verfahren eine Möglichkeit. Das FIFO-Verfahren war ja die Möglichkeit im letzten Video. Und wenn wir von LIFO sprechen, sprechen wir von Last In, First Out. Das heißt, die letzten Zugänge, die eingegangen sind, gehen als erstes auch wieder raus. Und das heißt, wenn die letzten Zugänge als erstes auch wieder rausgehen, dass wir hier oben unsere Bewertung vollziehen. Sprich, wir nehmen 6.000 Mengeneinheiten, mit die 2 Euro bewertet. Und dann entsprechende Mengeneinheiten der 10.000er. Hier des Zugangs mit 10.000 Mengeneinheiten, so lange, bis wir die 14.000 voll haben. Das wären dann hier 8.000 und 8.000 mal 2,32. Ich schreibe das schon mal hin, weil das eigentlich nicht so schwer ist. Und dann wird das wie folgt aussehen. Wir hätten hier 6.000 Mengeneinheiten. Diese Multizip mit 2. Ich spare mir jetzt hier mal die Mengenangaben, beziehungsweise Einheitenangabe. So, und dann müssen wir nochmal, um auf die 14.000 hier zu kommen. 14.000 minus 6.000, 8.000 fehlen noch. Das heißt, 8.000 müssen wir dann nochmal mit den 2,32 hier rechnen. So, und das ist das, was wir dann noch auf Lager hätten. Und so bewerten wir in diesem Fall den Endbestand. Dann den Taschenrechner einmal eingeben, beziehungsweise nehmen. Man kann das, denke ich, auch im Kopf rechnen. Ich spare mir das jetzt einmal. Ja, 6.000 mal 2 plus 8.000 mal 2,32. Ja, wenn ihr euch nicht vertippt, dann solltet ihr hier auf die 30.560 Euro kommen. Ja, und dann kann man das natürlich hier nochmal vergleichen mit dem Ergebnis aus dem letzten Video. Beim FIFA-Verfahren meine ich, hatten wir ein bisschen mehr raus, 35.000 oder so. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, da müsst ihr selber nochmal nachrecherchieren, in einem Video zurück in der Playlist gehen. Ich wiederhole nochmal kurz. Beim FIFA-Verfahren heißt es, das, was als letztes zugegangen ist, geht als erstes auch wieder raus. Das heißt, die Zugänge hier zum Ende der Periode, die sind gar nicht mehr auf Lager. Wir gehen davon aus, dass der Anfangsbestand und ein Teil der ersten Zugänge am Anfang der Periode noch auf Lager sind. In diesem Fall ist es der gesamte Anfangsbestand plus ein Teil des ersten Zugangs am 20.01. Das ist noch auf Lager. Dementsprechend bewerten wir zu 2 Euro und zu 2,32 Euro, je nachdem, wie hoch der Endbestand ausfällt. Beim FIFA-Verfahren ist es so, da gehen wir davon aus, dass das, was als erstes reinkommt, auch als erstes wieder rausgeht. Sprich, der Anfangsbestand geht raus, dann einige Zugänge im Laufe der Periode und nur das, was wir hinten heraus noch an Zugängen haben, das ist dann noch auf Lager. Und hier würde ich dann, wenn ich die 14.000 Mengeneinheiten bewerten würde, würde ich dann hier die 2,30 Euro nehmen und einen Teil von dem zweitletzten Zugang der Periode hier die 3,30 Euro. Und dann komme ich entsprechend auch auf andere Werte, weil wir ein anderes Verfahren dann wieder genommen hätten. So, LIFO, FIFO, der Unterschied sollte, denke ich, bekannt sein. Wenn nicht, schaut euch nochmal in der Kosten-Leistungs-Rechnung auf unserem Channel gerne um. Das war es von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal und ciao.